Unsere nächste Künstlerin kommt aus der Ukraine. Ihren allerersten Auftritt tatsächlich hatte sie in einer Comedy-Show des heutigen Präsidenten der Ukraine, Zelensky. Und heute ist sie hier. Mit einem frenetischen Applaus, Olga Stetsenko! Vielen herzlichen Dank, hallo. Und Entschuldigung, ich habe gerade etwas feuchte Augen, weil ich hinter der Bühne Paul Panzer gesehen habe. Das ist der erste deutsche Panzer, den ich hier gesehen habe. Ich heiße Olga, ich komme aus der Ukraine und ich musste meine Stadt verlassen, weil wir seit dem April kein Leitungswasser haben und jeden Tag Raketenangriffe. Und ich bin in eine andere Stadt gezogen und ich dachte, für ein paar Wochen, ja, ich ziehe für ein paar Wochen um, weil ich bin so eine Art Mensch, der denkt, ein Krieg dauert nur ein paar Wochen, ja. Das ist mein zweiter Stand-up auf Deutsch, ja. Und ich bin wirklich sehr nervös. Aber ich denke mir, ach komm, Olga, und lustiger als Deutscher kann ich auch nicht sein. Also ich liebe die deutsche Sprache, ja. Ich liebe die Art, wie ihr Wörter bildet. Das ist interessant wie Lego, ja. Man nimmt einen Baustein, zum Beispiel das Wort Schlüssel, ja, und baut daraus eine ganze Wand, zum Beispiel Terrassentürschlüsselanhänger. Ja, und ich verstehe jetzt, warum Schüler bei euch 13 Jahre in die Schule gehen müssen. Ich verstehe auch, warum es so lange gedauert hat, bis die Ukraine Militärhilfe von Deutschland bekommen hat. Ja, weil es ist Bürokratie, ja. Eine Haubitze wird schneller gebaut als ein Satz auf Deutsch, oder? Habt ihr gewusst, dass ihr schon 5 Millionen Wörter habt? Habt ihr keinen Container für Altwörter? Wisst ihr, wie viele neue Wörter wir seit dem Kriegsanfang haben? Minus 1. Das Wort Rudervolk gibt's bei uns nicht mehr. Ja, kein Wunder, dass alles Russische mich jetzt super nervt. Also der russische Präsident, russische Musik, Elon Musk. Als ich 2005 nach Deutschland das erste Mal gekommen bin, wisst ihr, was mich ganz tief bewundert hat? Eine Brotschneidemaschine. Wieder so ein Wort. Die gab's in jeder Familie, also wirklich. Und jeden Morgen beim Frühstück zu bereiten, hatte ich die Gefahr, mir die Finger abzuschneiden. Dafür hatten wir aber alle perfekt gleiche Brotstücke. Und wäre es nicht sinnvoller, etwas zu erfinden, was das Leben wirklich leichter macht? Zum Beispiel eine Butterschmiermaschine. Ich weiß nicht. Wie schafft ihr es, kalte Butter aufs Brot zu schmieren? Ich meine, die ist so hart. Ja, es ist einfacher, das Brot auf die Butter zu schmieren. Meine Gastmutter, die hat immer gesagt, das ist praktisch, das spart Zeit. Okay, aber wo ist die Logik? Ja, ihr benutzt Geräte, die wirklich fünf Minuten Zeit sparen, aber auch die, die den halben Tag beanspruchen. Zum Beispiel den Fahrkartenautomaten. Ich bin auch in den 90er Jahren in der Ukraine aufgewachsen und es waren für mich auch schwierige Zeiten. Meine Mutter, als ich Teenager war, hat mir meine Mutter immer gesagt, schminke dir die Lippen, du bist doch ein Mädchen. Und seitdem habe ich das Gefühl, ich bin nicht weiblich genug. Ich habe mir neulich den Damenbart entfernen lassen, obwohl, das hat meine Mutter nie gesagt, rasiere dir den Bart, du bist doch ein Mädchen. Und in Deutschland kann man so einen Satz nie hören, denn hier kann man sogar sein Geschlecht selbst wählen. Und das finde ich super praktisch. Manchmal denke ich, okay, vielleicht bin ich auch anderen Geschlechts. Nämlich, wenn es eine lange Schlange vor der Frau in der Toilette gibt. Und das Herren wird sehr frei ist. Ja, zum Schluss möchte ich sagen, ich bin wirklich stolz, Ukrainerin zu sein. Ein kurzes Beispiel, wir haben in drei Tagen, also wir, das heißt einfache Leute, wir haben in drei Tagen 20 Millionen Euro für Drohnen gesammelt. Und das ist wirklich bewundernswert. Aber wenn man versucht, Geld für das Geburtstagsgeschenk einer Kollegin zu sammeln, das kann ewig dauern. Ihr seid super, ihr seid supergeil. Olga Stetsenko. Schwasti Olga. Schön, dass du da bist, wir feiern das sehr, vielen, vielen Dank. Eine wichtige Sache, dass wir das nicht missverstehen, du bist nicht aus der Ukraine geflüchtet und hier in Deutschland in Sicherheit. Du hast dich dazu entschieden, in der Ukraine zu bleiben und bist eigens für diese Veranstaltung aus der Ukraine gekommen, ist das richtig? Genau. Und weil wir auch keinen H&M-Shop in der Ukraine haben. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung. Dieses Hin- und Herreisen, machst du das mit dem Flieger, machst du das mit dem Auto, wie machst du das? Mit dem Bus, mit dem Bus, mit dem Flieger. Ich komme zuerst an, dann kommt in einem Tag mein Koffer an. Das ist kompliziert. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, aber vielleicht noch einmal für uns, damit wir den Alltag auch wirklich von dir beschrieben bekommen. Wie gefährlich ist dein Alltag mit deiner Familie gerade in der Ukraine? Weil ich mit meinem Mann lebe, also von daher. Nein, also mein Alltag ist jetzt ganz sicher. Ja, also ich bin in einer Stadt in der Westukraine, aber in meiner Heimatstadt ist wirklich gefährlich. So kann ich da nicht mehr bleiben. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist und ich habe eine Frage für uns alle. Kommst du denn wieder? Ja, klar. Was hast du dir vorgenommen für das Jahr? Entschuldige, entschuldige. Ich mach das schon, ich mach das schon. Der Berli hat mich geschickt. Pass auf, ich mach das schon. Entschuldigung. Oh Gott, sorry, bin ich erstmal im Live-TV, ist ja die Live gefallen. Hallo, sorry, sorry, ich mach das hier. Oder hast du das kaputt gemacht? Ich habe nicht, nee, ich bin nicht schuld. Du bist nicht schuld? Auf gar keinen Fall. Das ist doch super. So, pass mal auf, dann gucken wir doch mal. Was ist denn hier noch drin in dem Koffer? Kannst du das Mikrofon hier mal, ach, das ist gar kein Mikro. Also und ich bin ja gar kein Tontechniker. Olga, weißt du, was das hier ist in meiner Hand? Nein. Das ist der Deutsche Comedypreis. Die Stifter des Cologne Comedy Festivals, des Preises, ja, sagen, dass du, Olga Stetsenko, dieses Jahr, den Deutschen Comedypreis 2022 in der Kategorie Sonderpreis für den bewegendsten Auftritt bekommst, Olga Stetsenko. Danke. Vielen herzlichen Dank. Das habe ich nicht, wirklich nicht erwartet. Jetzt hassen mich alle deutschen Komiker. Dankeschön. Olga Stetsenko und der neue Star am Deutschen Comedy-Himmel, Nico Stein. Freunde, ich habe eine sehr gute Nachricht. Vielen Dank.